ARD Text im Auftrag von Funk 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 Oh 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 oh, nein, 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 das kannst du dir abschminken, nicht runterfallen. So, ähm. Die Kaffeechancen sind so voll, alles klebt, alles fest. Nein, Anti-Ruschmatten müssen daher, da kann ich davor, weil man sich alles ein bisschen selbstständig macht. Ja, ja, okay, nächster Soundcheck. Wünsche kommen von meiner Facebook-Fanpage, Annechronik Gild. Ja, das ist hier, ja, ist schon wieder schlecht hier, muss man sagen, ist schon wieder schlecht. Genau, was gibt heute zu essen? Ganz klar mal was Klassisches. Ja, Gulasch. Ja, habe ich aber eigentlich gestern Nacht schon gemacht, ich konnte nicht schlafen, aber ich schaue mir vor Gemüse zu schneiden. So, jetzt aber hier zum Liedl. Und weil ich hier mit der Maus so meine, hier. Scheiß vorfühlfältig, das klappt dann natürlich, ne. Nevi angerufen, habe ich nicht mehr hier so eine Turbine laufen lassen können. Um mir gerufen, mal ein bisschen zu zeigen, was lautet, damit er sich nicht mehr beschweren muss, wenn ich hier mal so ein bisschen was mache. Oh, ich will, dass die Cola dann sich ein bisschen selber schüttelt, äh, gehört dazu. Aber gut, was soll ich denn sonst mit Musik, wenn ich sie nicht höre? Herbert Grünemeyer sagt schon, ich mag Musik, nur wenn sie laut ist. In diesem Sinne. Also, ich will, dass die Cola dann nicht mehr schüttelt, äh, gehört dazu, 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 äh.